Und weiter geht's, euer Tozo ist wieder auf dem Kriegszug und das Problem bei dem Spiel ist, man kann nicht überall speichern, deswegen immer diese Schnitte bei Bei so markanten Szenen, wo es dann die Spannung aufbaut und Pipapo, ihr wisst schon, also da leuchtet es, da können wir rüber springen, da hinten rum und dann rauf, ja, probieren wir das ohne, unser Mädel, das, schauen wir mal, das kennt ihr uns, ne, tut er nicht, also wir haben es beim letzten Mal schon bemerkt, es gibt da immer zwei Wege, die zum Ziel führen, einer hinterrücks und einer auf dem direkten Weg, jetzt lasse ich einmal mehr Mehl arbeiten, jetzt lasse ich einmal mehr Mehl arbeiten, jetzt lasse ich einmal mehr Mehl arbeiten, Pass auf, während ich das Schloss knacke! Ja, sicher, das heißt wieder, Caramba! Oh Mist! Mist, ich hab den Alarm ausgelöst! Von wo kommen die? Links, rechts? Halt sie auf, bis ich das hier offen habe! Ich brauche nur noch ein paar Sekunden! Komm, hau sie weg! Ja, du, weiter Mehl! Da drüben! Wo ist der nächste? Oh! Oh! Ich glaub... Haut drauf, das Schloss knack! Nein komm lass sein was war das jetzt leute was war das jetzt geschafft das heißt dass sie jetzt gestorben ist und ich mit ihr ja ja pass auf während ich das schloss knacke ja ich pass hier auf typisch war also wo lang der fehler ist halt sie auf bis ich das hier offen habe ich brauche nur noch ein paar sekunden nicht schon wieder das gibt es doch nicht die kann sich ja nur einmal helfen ja ja Es ist so schnell, als ich lecker bin. Komm zu Saturn. Wir wollen den Wegstab. Schau. Zweimal und sie ist im Eck. Also Leute, ich glaube da spielen wir noch einmal. Jetzt sind wir hier schon wieder zweimal gestorben. Wir haben geschafft. Okay, ich komme. Ich versteh das nicht. Ich versteh das nicht. Pass auf, während ich das Schloss knacke. Ja, ich passe ja auf. Aber mit der Xbox-Steuerung ist es schon ein bisschen schwer. Oh Mist! Mist, ich habe den Alarm ausgelöst! Mhm. Wo ist die erste Welle? Von rechts, ja. Okay. Ich brauche nur noch ein paar Sekunden. Das ist so schwer, als ich dachte. Ich habe den Alarm ausgelöst. 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 Ich bin schon wieder. Schieß, mein Freund! Komm schon, komm schon! Ich habe es fast! Ja, wo ist die nächste Umme? Was ist jetzt los? Was ist jetzt los? Okay, wir haben die jetzt erledigt. Und jetzt will ich meinen Frieden. Schau mal da. Mauerwerk zu sprengen. Irgendwas. Ihr blöden Viecher. Und mein Controller setzt bald aus. Schau. Da. Ja, wo. Eine Orgie der Vernichtung. Gut, das war es. So, und zum Ausschalten B drücken. Aha. Das können wir gar nicht zerstören, oder? Okay, das war eine Fehlmeldung. Okay. Na gut. Aber die böse Musik ist noch immer nicht vorbei. Und ich will aber diese Tech-Orbs haben. Da können wir nicht hin. Da können wir nicht runter. Da können wir runter springen, gell? Ja. Aber jetzt ist mir alles wurscht. Sollen sie doch kommen, diese Geier. Seht ihr noch irgendwo eine? Ja. Da können wir nicht drüber springen. Musik ist vorbei. Oh. Und mein Herzschlag hat sich beruhigt. Das letzte Mal bin ich auch nur zweimal gestorben. Waren aber gefühlte. Viermal, deswegen habe ich es auch so tituliert das letzte Mal. Viermal gestorben. Nein, nein. Viermal nicht. Zweimal. Und wir haben sie dann bravourös vernichtet. Es rumort schon wieder im Hintergrund. Also Leute. Maschinengewehr. Zweimal ist unsere Freundin gestorben. Und natürlich damit ich auch. Gehen wir weiter. So. Wir haben da. Einiges zum upgraden. Probieren wir doch mal. Was haben wir da? Das Schild. War mal wichtig, haben wir gesagt. Schildaufladung. Nummer 2. 22. Ja. Schildstärke. 50.000. Die Schläge. Die brauchen wir. Wahrscheinlich ist einmal Schildaufladung vorerst einmal wichtiger. Das nehmen wir. Dann. Das ist immer alles zu teuer. Ja, gut. Dann geht Gesundheit. Das 32. Könnten wir es leisten. Und das können wir uns nicht leisten. Also hier wären wir zu Hause. Und das ist wieder so eine Stun-Dauer. Feuerwarte Stun-Dauer. Frage. 15. 22. Plasma. Schüsse gehen gerade durch den Gegner durch. 35. Stun-Effekt. Wir haben noch keinen Stun-Schuss gelernt, oder? Munitionsaufstockung werden wir ihn nehmen. Ah. Ja. Okay. Das lassen wir mal. Gut. Wir haben ein bisschen abgegradet und marschieren da einfach weiter. Kurzer Blick durch die Mauerspalte und los geht's. Aber wo kommen die ganzen Tech-Orbs her? Und wo kommen die ganzen Roboter her? Haben die irgendwo ein Nest? Da. Die Stiege können wir nicht runter, also springen wir da mal rein. Da hinten ist wieder so ein Flashback-Dingsi. Und lasset uns Flashbacken. Oh. Schau, schau. Ja Leute, ich finde das ist sicherlich ein guter Zeitpunkt. Na, lassen wir das. Wenn er langsam geht, dann erzählt sie was. Ich werde hier sterben, oder? Genau wie alle anderen. Das werde ich nicht zulassen. Okay. Leute, toll. Das wäre ein würdiger Abschluss für dieses Video. Und wir sehen uns dann gleich wieder beim Robotervermöbeln. Euer Tozo. Bis gleich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.